so hier mal ein kurzes unboxing video ich hatte euch ja angekündigt dass es ab donnerstag wieder die florabess klappsäge bei lidl gibt links das neue modell rechts das modell was ich euch ja schon in dem anderen video im vergleich zu der tajima klappsäge gezeigt habe ja schauen wir uns das gute stück mal an ja hier auf der rückseite der verpackung seht ihr noch mal ein paar beschreibungen zu der klappsäge dass es sich hier um ein sägeblatt aus karbonenstahl handelt mit zwei einstellbaren schnittwinkeln und einer dreiseitig geschliffenen zahnung klingenlänge circa 18 cm mit einem softgriff hier unten noch mal so ein paar visuelle darstellungen und jetzt packe ich die säge mal aus so die säge hat natürlich hier noch einen klingenschutz den entfernen wir jetzt schnell aber was wir hier schon sehen als unterschied zu dem alten modell ist dass es hier noch mal so eine aussparung gibt wo ihr dann mit finger rein könnt um die säge eventuell einfacher hier aus dem griff heraus zu bekommen so was mir jetzt auch schon direkt auffällt zwischen dem alten modell und dem neuen ist zum beispiel hier die ausprägung beim griffstück ihr seht das hier rechts bei dem älteren modell hier ist so ein eine welle hier drin bei dem neueren modell scheint es so als wenn das griffstück zum einen hier länger ist also dieser griffbereich als auch hier zwei wellen das heißt ihr könnt also direkt hier vorne packen ihr könnt hier vorne packen und dann so sägen aber wenn ihr jetzt auch eine verlängerung braucht könnt ihr hinten packen und es ist dann beides mal ergonomisch allerdings das muss ich jetzt auch sagen habe ich hier das gefühl dass hier mehr gummi material ist ja es auch von allen seiten hier so gummiert während hier hart plastik ist das fühlt sich auch insgesamt ja einfach anders an hier ist auch diese diese riffelung durchgängig die ist hier nur so leicht angedeutet es ist halt anders auch hier die öffnung für die fang schnur hier rund und groß hier so ein bisschen oval ausgeprägt also es ist halt anders ob es jetzt besser oder schlechter ist müsst ihr selber entscheiden die klingenlänge bei beiden modellen ist absolut identisch sind 180 millimeter ja ansonsten was hier auch noch anders ist zu dem im vergleich zu dem älteren modell ist dass ihr hier noch einen zweiten schnittwinkel habt was sicherlich interessant ist wenn ihr über kopf an ästen sägen wollt dann könnt ihr in diesem winkel sägen ja ansonsten muss ich das gute stück jetzt erstmal im einsatz bewähren ich will es auch nicht in die länge ziehen also das soll soweit erst mal gewesen sein ihr seht die lassen sich immer wieder was neues einfallen nichtsdestotrotz muss ich sagen für drei euro viel verkehrt machen kann man da wahrscheinlich nicht ich probiere es aus sollte mir was auffallen im vergleich der beiden sägen zueinander bringe ich euch noch mal die ergänzung mit rein okay vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal im preppergear channel macht's gut auf wiedersehen